In diesem Tutorial erkläre ich dir sechs wichtige Frequenzen, auf die ich immer achte, wenn ich meinen E-Bass abmische und mit denen ich zu 90% zum Wunschergebnis komme. Wir holen uns das Beispiel mal kurz an. Also schon ein schöner, aufgenommener Bass, klingt schon schön rund, aber man kann am Sound natürlich noch einiges rausholen. Bevor wir jetzt gleich mit der ersten wichtigen Frequenz loslegen, möchte ich noch sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass du einen Bass im Prinzip nicht alleine abmischen kannst, solange er in einer Band, also mit einem Drumset zusammen spielt, weil der Bass immer in einer Beziehung, in einer Korrelation zu Bassdrum steht. Aber dazu im zweiten Beispiel dann mehr. Wir legen los mit dem ersten Cut und das ist zwischen 40 und 50 Hertz. Ich stelle das hier mal gleich bei meinem Equalizer ein und zwar ist hier viel Sub-Bass oder Sub-Bass-Content beim E-Bass und du hast dieses Low-End-Gerumpel da unten, was du in der Regel nicht brauchst. Du wirst jetzt gleich sehen, wenn ich es mal laufen lasse, dass das hier jetzt nicht viel Sinn macht, denn dieser Bass hier, den haben sie schon sauber aufgenommen und haben sie bei der Aufnahme offensichtlich schon einen Low-Cut gemacht. Und deswegen hat der Bass hier in diesem Bereich gar keine Information. Ich lasse mal laufen, dann kannst du es hier sehen. Also hier, ne? Wäre jetzt in diesem Fall nicht nötig, ich zeige dir jetzt nur der Vollständigkeit halber. Beim zweiten Beispiel wirst du dann sehen, dass da durchaus auch Information sein kann. Dann können wir gleich weitermachen mit Cut-Frequenz Nummer 2 und das ist um die 4 bis 5 Kilohertz. Die fundamentalen Frequenzen eines E-Basses gehen von circa 60 Hertz bis 1 Kilohertz und oben drüber, meistens in diesem Oberton-Bereich, ist keine wirklich wichtige Information mehr. Und hier würde ich dir deswegen raten, dass du hier in den meisten Fällen einen High-Cut machst und zwar so ab 4K. Auch das ist in diesem Fall bei diesem Bass jetzt hier nicht nötig, weil der da keine Informationen oder so gut wie gar keine hat. Aber gerade im Metal-Bereich, im Rock-Bereich gibt es Bässe, die da Informationen haben und die dir oben im Top-End-Bereich einiges zurumpeln können. Einfach einen High-Cut-Filter einsetzen und du hast deine Ruhe. Kommen wir zur dritten Frequenz, die ich gerne absenke beim Bass und die ist so zwischen 200 und 400 Hertz. Da klingt der Bass oftmals oder hat oftmals dröhnende, unangenehm dröhnende Anteile. Und das ist jetzt hier durchaus der Fall und ich zeige es dir gleich mal, indem ich es anhebe. Hast du jetzt sehr deutlich gehört, also hier in diesem Fall ist es zwischen 300 und 400 und das hänge ich jetzt ab. Und jetzt sollte unser Bass schon wesentlich sauberer und aufgeräumter klingen mit diesen EQ-Einstellungen. Kommen wir jetzt zur ersten Frequenz, also zum ersten Frequenzbereich, den ich gerne anhebe beim E-Bass und das ist zwischen 80 und 200 Hertz. Hier klingen die meisten Bässe schön warm, schön voll und rund und sie haben auch hier ihren Grundton in den allermeisten Fällen. Das hebe ich jetzt wieder an mit meinem Vintage Graphic EQ, weil der einfach noch von der Soundfärbung hier mir sehr gut gefällt und ist gerade im Moment mein absoluter Lieblings-EQ hier in Logic. Also wenn ich sage zwischen 80 und 200, dann fange ich mal hier so bei diesem Band an und wir probieren es direkt mal. Machen wir weiter mit dem zweiten Frequenzbereich, den ich bei E-Bass und gerne anhebe und das ist der Bereich zwischen 500 Hertz und 1 Kilohertz. Hier kannst du die Tondefinition oder den Ton oftmals genauer definieren und du kannst auch mehr Punch rausholen. Probieren wir es. Ja, du hörst also jetzt hier, du hörst auch ein bisschen das Anschlagsgeräusch hier besser und er klingt ein bisschen punchiger einfach. Du hast hier gesehen, am Volume spiele ich auch immer ein bisschen rum. Ich will natürlich jetzt den Bass ja nicht nur einfach lauter machen, weil dann brauche ich auch kein EQ einzusetzen, sondern hier im Output Volume spiele ich immer so ein bisschen rum, dass ich den Bass nicht nur lauter mache, sondern dass ich ihn tatsächlich auch in meinen EQ-Bearbeitungen besser mache. Kommen wir jetzt zum dritten Frequenzbereich, den ich gerne anhebe und das ist zwischen 3 und 4 Kilohertz. Hier kannst du das Anschlagsgeräusch noch ein bisschen besser rausholen, teilweise. Und vor allem, wie bei diesem Bass hier, das wird jetzt interessant, diesen Pick-Up-Clap, wenn er also praktisch auf den Bass drauf haut, um die Note zu stoppen, auch das findest du in diesem Bereich. Du wirst gleich sehen, was ich meine. Gut, hören wir jetzt mal im Gesamtmix an, wie dieser Bass jetzt klingt nach unseren Cuts und Boasts, ob er jetzt besser klingt, ob wir nur Laute gemacht haben oder ob es tatsächlich ein gutes Ergebnis ist. Wir schalten einfach mal im Gesamtmix die Einstellungen zu und wieder aus. Wie siehst du das? Ist das eine Methode, die man tatsächlich so anwenden kann, dass man sagt, hey, für bestimmte Instrumente oder auch für Vocals suche ich immer nach bestimmten Frequenzbereichen und in den meisten Fällen komme ich auch zum Ziel, wenn ich mich auf diese Frequenzbereiche konzentriere. Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel. Und noch was ist natürlich auch wichtig, dass du ordentliche Aufnahmen hast. Wenn du jetzt irgendwie in einem Gewölbekeller aufnimmst, wo die Bassbox drinsteht, der akustisch überhaupt nicht optimiert ist und du spielst auch noch mit einem Bass mit alten Saiten ein und so weiter. Also darüber reden wir jetzt nicht. Wenn einfach das Rohmaterial schon grottig ist, dann bringt diese ganze EQ-Bearbeitung natürlich nichts mehr. Also wenn ich dir das jetzt erkläre, gehe ich davon aus, dass du eine einigermaßen ordentliche Aufnahme hast. Also was ist deine Meinung dazu? Glaubst du, dass das möglich ist, konzentrierst du dich auch immer beim Bassmischen oder bei anderen Instrumenten auf die ungefähr dieselben Frequenzbereiche und kommst da zum Ziel? Oder ist das für dich völliger Quatsch und du mischst immer komplett individuell und hast immer komplett andere EQ-Einstellungen und auch andere Frequenzbereiche? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Ansonsten bedanke ich mich wie immer bei dir ganz herzlich fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!